Na, Frau K., sehen Sie mich schon überall? Wir haben Ihnen ja noch gar nicht erzählt, dass der Klaus eine Klimaanlage hat seit Wochen und dass er einen Massagesessel hat. Tja, seine neue Pflegerin kümmert sich gut um ihn. Seine alte Pflegerin hat ja nur Gelder kassiert, ohne was zu tun und hat der Versicherung vorgegaukelt, dass sie ihn pflegt. Ach, ich weiß nicht, ob das so gut kommt. Und ich frage mich wirklich, Frau K., wenn das alles irgendwann vor Gericht kommt, ob Sie ins Gefängnis landen oder doch in der Geschlossenen. Weil ich bin mir manchmal gar nicht mehr so sicher, ob Sie überhaupt wissen, was Sie noch tun. Aber das liegt ja dann an anderen, das zu entscheiden. Ich frage mich nur wirklich, wie weit Sie es noch treiben wollen. Es wäre eigentlich am besten, wenn Sie Ihre Falschaussagen schnellstmöglich zurückziehen, weil das wirkt dann mit Sicherheit auch Strafmildern vor Gericht für Sie, wenn es denn mal so weit ist. Es mag sein, dass hier in Dortmund irgendwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, ob Sie den Leuten allen den Inhalt Ihres Portemonnaies zeigen. Keine Ahnung. Vielleicht ist einer Ihrer 100 Persönlichkeiten hier auch einfach so überzeugend, dass Sie alle um den Finger wickeln. Keine Ahnung. Aber das ändert ja nichts an den Beweisen. Und da Sie ja keine Anstalten machen, die Falschaussagen zurückzuziehen und dem Herrn Roth sein Geld zurückzuzahlen, das Sie ihm schulden, tja, können wir da wohl nichts tun. Müssen wir wohl weitermachen mit dem Blödsinn hier. Frau K., soll ich nochmal ein schönes, gruseliges Video für Sie hochladen? Aber das Video, was der Klaus im Internet gefunden hat, das ist doch wohl auch genial, oder? Ich finde auch, dass das hervorragend zu Ihnen passt. In der einen Sekunde sind Sie nett und freundlich und in der anderen Sekunde rasten Sie völlig aus. Ich finde sie ja interessant. Ich glaube, ich habe sie jetzt viermal gesehen und elf Anzeigen haben sie schon gemacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber drei von viermalen sind Sie ausgerastet. Und ich glaube, das letzte Mal hatten Sie Angst um Ihren Hund. Aber da habe ich Ihnen ja gesagt, da müssen Sie keine Sorgen haben. Jedenfalls nicht bei mir. Aber zu Ihnen bin ich nicht mehr so nett. Sie hätten es einfach akzeptieren sollen, Frau K., dass ich ausgezogen bin und mich mit meinem Auszug ganz klar von dieser Sache hier distanziert habe. Dass Sie bei mir in meiner neuen Wohnung waren, das war ein riesengroßer Fehler. Und der Klaus, den hatte ich vor meinem Auszug schon zweimal dazu bekommen, umzuziehen. Er war schon dabei zu gucken, von wem er sich Geld leihen kann für den Umzug. Aber mit Ihrer komischen Attacke, dass wir Menschenhändler sind und Sie eine politisch Verfolgte sind, haben Sie den Klaus wieder neu provoziert. Und deswegen werden Sie ihn hier nicht wegkriegen, bevor Sie Ihre Schulden bezahlt haben. Sie haben sich mit der ganzen Sache hier ein Eigentor nach dem anderen geschossen. Sie verstehen das nur leider nicht, ist das Problem. Ich weiß nicht. Ich werde schon richtig damit liegen, dass sich in dem Kopf irgendwie zwei Drähte berühren, die sich nicht berühren dürfen eigentlich. Aber man kann ja wirklich bei Ihnen sagen, was man will. Man könnte Ihnen noch eine halbe Stunde Lali-Loo vorsingen und Sie würden auch nicht mehr verstehen, als das, was wir hier sagen. Sie sind ja wirklich zu allen Ernstes zur Polizei gegangen, nachdem Sie hier ausgerastet sind und haben uns wegen Stalking angezeigt, weil ich Ihnen SMS geschrieben habe. Frau K., was habe ich denn in diesen SMS geschrieben, hm? Dass Sie mich in Ruhe lassen sollen. Und der Klaus hat Ihnen eine SMS geschrieben, dass hier ein wichtiger Brief für Simone liegt. Also ich weiß nicht, in welcher Welt das Stalking ist, hm? Oder sind Sie beleidigt, weil wir Sie dabei ertappt haben, dass Sie keine Kinder- und Jugendtherapeutin sind? So will Sie sich ja überall hier ausgeben, hm? Ich bin ja nächste Woche mal gespannt, was Sie wirklich beruflich machen. Dass Sie sind bestimmt irgendwo ein ganz kleines Licht. Oder Frau K., hm? Hm? Wir werden sehen. Uns fällt mit Sicherheit noch genügend Stoff ein, den wir der Öffentlichkeit vorbeten können. Und zwar so lange, bis Sie die Falschaussagen zurückziehen, Frau K. Denn das war ziemlich dumm, gegen mich so viele Falschaussagen zu machen. Und warum das dumm war, das werden Sie sich mit Sicherheit auch selber denken können. Selbst wenn Sie gerade wieder eine Ihrer anderen 99 Persönlichkeiten sind. Ich kann keine Ruhe geben, bevor Sie die Falschaussagen zurückgezogen haben. Und das werde ich auch nicht mehr tun. Diese Chance haben Sie verpasst. Bis gleich, Frau K. !